Hallo und Willkommen wieder bei GRID Autosport in der Touring-Serie. Wir sind mitten dabei, eine ziemlich harte Saison. Weiter geht's auf jeden Fall. Du bist im Moment auf Platz 1 der Fahrerwertung. Damit bist du auf einer richtig guten Position. Schlagen Nathan McCain, um einen echten Vorsprung auszufahren. Ah, Training. Volleyball. Für Platz 1 im Qualifying gibt es einen Meisterschaftspunkt extra. Dann versuchen wir es mal wieder. Feierfrei. Ach, naja, wir können mal ein bisschen besser fahren. Das sind 2,7 Sekunden. Ja, da kommen die anderen bestimmt auch noch. Perfekte Rückenzeit. 1,6 Sekunden. Jetzt haben wir, wie bleibt der Timer stehen. 2,1 Sekunden. So. Ah, das ist im Moment. Hier geht's. in runde 1 bist du die schnellste runde gefahren nur noch diese und egal qualifizieren doch so gut da bin ich immer gespannt und unser zweiter wagen geht vom vierzehnten startplatz du musst dich von nathen mccain platzieren das schaffst du wir haben wieder einen schlechten start so, da kommt er jetzt noch gerade ab boah, da will der teamkollege uns denn drehen ist er sauer scheiße scheiße das kann der sich absetzen, so ne kacke, weil wir so Pisse fahren alles so, im Poli fahren nicht das so genial und hier, oh, schau auf die Pisse runter auf in runde 2, du musst nur einen Platz gut machen, um in Führung zu gehen ich hab deinen teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen ich hab deinen teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen jetzt gehst du im Garten jetzt gehst du im Garten aber wir sind nur im Windschatten aber wir haben auch einen im Windschatten wir haben nicht das stärkste Auto dann saust du wieder weg du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde da können wir ran da können wir ran wir sind knapp in der Ecke wir sind knapp in der Ecke wir sind knapp in der Ecke dann du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde und jetzt ja ich wusste ich von dann Oh. Wir gewinnen. Boah, das war wieder so endgeil. In der letzten Drille angebremst und dann vorbeigezogen. Bam! Gute Arbeit. Du hast Nathan McCain geschlagen und die Runde gewonnen. Weiter so. Weiter so. Dann klappt das mit dem Team-Ziel. Weiter so. Weiter so. Boah, da haben wir uns gut abgezogen. Rennen 2 von 2. Oh, ich sehe gerade mein Timer ist stehen hier. Ich habe ganz vergessen auf Aufnahme zu drücken. Du hast Startplatz 16 und unser zweiter Wagen startet von der Pole Position. Mit dem Schatten. Mit der linken Spur. Da kann man noch ein bisschen angrennen. Das hat so einigermaßen geklappt. Was geht denn hier ab? Die kämpfen aber auch wichtig. Die kämpfen aber auch wichtig. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten ein paar Plätze gut zu machen. Ich muss gleich die lange Gerade wieder herhalten. Wenn mehrere Autos so nebeneinander sich finden, haben wir gar keine Chance beim rauszuschleunen. Die ziehen ja wieder wie volle Elle weg. Auf in Runde 2. Du fährst mit dem Hauptfeld mit. Ah, da kommt uns gut wieder vorbei. Jetzt rennen wir uns zwei, drei Autos. Da, der nächste. Nein, die sind primär abgeworfen. das war doch wenn er nur minimal war ja nicht wirklich schneller aber da haben wir jetzt besser an das ist ja unser teamkollege was die das 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 Boah, Platz 1 und 2, das wäre so cool. Puh, da waren wir zwar ein bisschen echt die Brechstange mit Hammer angesetzt, aber wir haben's, wir haben's! Verteidige die Führung, letzte Runde. Teamkollege, wenn er Zweiter wird, wäre noch genial. So läuft es doch wieder. Das Auto sieht so schön demoliert aus, aber scheiß drauf. Die Länge kaputt ist, ey, dann abbrechen wir hier auf Eier. Oh nein! Komm Junge, das schaffst du noch! Gib alles, Angriff! Daran dürfte Nathan McCain ein Weilchen knabbern. Toller Sieg! Ja, haben wir geschafft! Oh, voller Quitsch! An den Grafen! Ah, hat er's auch noch geschafft! Nein! Und sogar ne schnellste Zeit geschafft! Den letzten Meter! So, geschafft! Ein paar Rennziele erfüllt! Ich weiß gar nicht, was kommt noch? Ein Rennen kommt noch! Touring! Sogar fünf! Von sechs! Red Bull Ring! Weiter! Weiter! Qualifying! Für Platz 1 im Qualifying gibt es einen Meisterschaftspunkt extra! Was ist das? Sogar Fisch!? Ah! Ich glaube den kenn ich nur für zwei, ah keine! Hier ist es der Anfang der 20-igercke! Mit dem den Appexpand zu! Der kann schon. Und der hat was. Ja, da draus. Da ist man. Macht ihr eigentlich so die Racenit Challenges? Nicht schon, das ist richtig genial. Muss man mal so einen raushängen lassen. Das können zeigen. Ich bin immer so im Mittelfeld, wenn man das sieht. Ja, kommt weiter vorne mit der ganzen. Halbwegs gut Mittelfeld. Weh, das sind so harte hier. Wir schauen gleich mal was für eine Zeit für. Oh, hier sind wir schon mal. Und wir werden einmal fahren. Bam. Und. Egal, wir enden das Qualifying. Ja. Oh, hat sogar gereicht. 1,37,6. Boah, eine ganze Sekunde. Das ist ja mal was. Ändern können wir nichts. Das Auto muss uns ja selber gehören. Okay. Du startest von der Pole. Und unser zweiter Wagen geht vom 15. Startplatz ins Rennen. Du bist fast nicht zu schlagen. Du stehst in der Rangliste auf Platz 1. Ich hab deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Ich hoffe, der ablässt. Du brauchst den Autoraden. Alter, das ist ja ganz so hart, oder? Ich sag mal Schwung aufbauen, dann geht's. Wir sind wieder hinten dran. Komm, 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 komm. Wir pushen, wir pushen, wir pushen. Und was ist das? Wieso? Ich geb Vollgas. Und dann zieht wieder weg. Ich hab ihn überfahren. Wow, das war wohl an der Letze. Wir müssen doch noch was zu tun sein. Schon wieder überfahren. Vorhin haben wir das auch nicht gehabt. Man, wir müssen uns konzentrieren werden. Auf in Runde 2. Du musst nur einen Platz gut machen, um in Führung zu gehen. Wir sind hinten einigermaßen dran, aber es sind noch zu viele Fehler. Wir sind wieder hinten dran. Wir sind schneller als er. Aber das reicht nicht. Und da haut er mir an. Wir müssen auf die Fehler oder die erste Stelle warten. Das war schon die ganze Zeit auf der Brände. Wir müssen auf jeden Fall die nächste Woche besser anbrennen. Die nächste Runde. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Nein, jetzt verlieren wir nur noch einen Platz. Jetzt kommen wir gleich nicht vorbei, weil er uns blockiert. Wir müssen uns blockieren. Ich wollte das mit dir nach vorne machen, aber... Ach, man, da werden wir nur zwei dann. Feine Riegel. Er setzt uns aber auf den Citroen. Das ist ja hier. Wohl, du warst schneller als Aaron Wesley. Nicht mal auf die Rundenzeit gespannt. Ich wusste, du packst es. Du hast das Teamziel noch vor dem Saison Ende erreicht. 1, 2, 1, 38. Weiter. Weiter geht's. Jetzt ist von hinten das Ganze. Uiuiuiuiui. Arm ist halt okay. Das ist ein starker Räven. Das ist ein starker Räven. Das ist ein starker Räven. Noch ein paar Autos. Jetzt sind wir hier hart gebremst. Ja, das ist ein starker Räven. Das ist kein Faden. Ich bin jetzt hier auf der Innenbahn, das ist schon gut. Ah, da macht er zu. Da kommen sie wieder vorbei. Platz 7 in der ersten Runde, das ist schön. Platz 6 in der ersten Runde, du fährst mit dem Hauptfeld mit. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Was machen die denn mit dem Teamkollegen? Oh, der Kicker wieder rauszieht. Schon durch den Kampfspur und ran. Zwei, das sollten wir eigentlich kriegen. Wie es aussieht, hatte Aaron Wesley einen Unfall. Sauber. Letzte eine und ganze Runde noch. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Oh, scheiß. Das war doch besser. Gut, 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 gut. Boah, jetzt heißt es immer. Schnell zur Runde in den Sand setzen. Ne, hinzaubern. Den Knallen. Ich habe den Team immer noch nicht ausgemacht. Egal. Ich werde jetzt noch nicht eingeladen. Aus strich. Die Leut. Was ist das, was ist das? und das wird ich glaube ich habe ein toller die im Moment stehen wir in dieser Meisterschaft aber wir haben 2 wo ist denn Raven West 8 sauber Ich weiß gar nicht, was kommt noch. Ein Event kommt, glaube ich, noch, ne? Sechs. Ja. Wollen wir das einmal mitnehmen? GP. Nein. Wir machen das in der nächsten Runde. In der nächsten Aufnahme. Bis denn erstmal, euer Jens. Tschüss.